Hallo und herzlich willkommen zum Online-Cocktail-Event. So, da macht ihr so ungefähr 30 Umdrehungen. Dann haben wir natürlich einen klassischen Tumbler, also ein eher rundes Glas. Da macht man sowas wie einen Long Ring drin. Was der eine oder andere sich selbst gekauft hat, hat er sehr wahrscheinlich einen Tintin-Shaker. Das ist also ein zweiteiliger Shaker. Und das ist eigentlich auch so die klassische Variante, die man in Bars kennt. Dann shaken wir jetzt einmal durch. Applaus Cheers, lasst euch schmecken. Ich gehe direkt zu meinem DJ-Pult. Audio Jungle Lasst uns gemeinsam euren Cocktail mixen. Cocktails, Music and Passion Audio Jungle Modul